Im Business-Segment hat nun Acer das Travelmate 8172 Timeline. Das ist quasi das Timeline 1810-Sat-Notebook, allerdings ausgelegt für den Business-Bereich mit einer homogenen Anthrazit-Farbe, die zeitlos ist. Schön ist, dass Acer quasi das gleiche Gehäuse verwendet und somit die gute Floating Dessertur einsetzt. Allerdings ist die Linienführung etwas kantiger und somit schon optisch mehr für den Business-Kunden optimiert. Dazu kommen natürlich die ganzen Features, die man im Business-Bereich kennt, wie zum Beispiel Fingerprint-Sensor, Trusted-Plattform-Modul, sowie besonders stabiles Gehäuse und Antischock-Halterung für die Festplatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017